Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Rikki auf Reisen. Heute bin ich in Plauen unterwegs. Das liegt im Vogtlande und ist auch die größte Stadt des Vogtlandes und die fünfgrößte Stadt Sachsens. Plauen ist durch die als Plauener Spitze bezeichneten Stickereien bekannt. Und jetzt gucken wir uns gemeinsam ein bisschen die Stadt an. Kommt mit! Die Stadt sind ein bisschen die Stadt. Das ist ein bisschen die Stadt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.